Hallo, hallo Silis. Wollen Sie eine hohe Preise gewinnen? Mit einem Schaumriff. Von der Sana in einem Schissspattel. Und Bailhop aus der Seenähe. Aktionswochen bei Kentucky Schreitficken. Hallo und herzlich willkommen bei Kentucky Schreitficken. Dem Restaurant, in dem man gerne mal... Sag mal, wie siehst du denn aus? Du hast ja einen ganz blasigen Glick und piesige Ruppillen. Ich habe Schnuckain gekupft und raschisch gehaut. Übrigens, Scheine Dürze hat so feile Gaben. Du bist ja Hans-Gei. Ich dachte, du wärst nur sablettendüchtig. Du klärst jetzt sofort wieder Wien. Und schmeißt die Klogen ins Droh. So, jetzt aber zu unserem Quelltraum-Witz. Wollen Sie eine Meise zum Rond machen? Einen großen Sitt für Schrie tun? Einen kleinen Mitt für die Schrenschheit? Und in der leeren Schwosigkeit Ihre eigene Furze kliegen sehen? Ja? Sie? Oder Sie? Oder vielleicht sogar heute mal Sie? Dürfte ich Sie mal hier an die Birke titeln? Aber gern. Nee. Wollen Sie im Schwelltall weben? Na klar. Ich finde, ich hasse gut in den Pimmel. Ja. Dann müssen Sie Friese Trage beantworten. Wo sitzt in einer Keltbaum-Rapsel der Kapitän? Keltbaum-Rapsel. Keltbaum-Rapsel. Na, na, na. Ich hab's. In einer Keltbaum-Rapsel sitzt der Kapitän an der Bomando-Krücke. An der Bomando-Krücke ist richtig. Glückwunsch, Sie haben gewonnen. Ich räum mich schon frisig. Ja. Sie wissen aber, dass Sie im All nichts Wichtiges zu reißen bekommen. Ach, das macht mir nichts aus. Ich habe nämlich zitte Träne. Er hat schon zitte Tränen. Na, das hat er ja gefickt eingeschädelt. Aktionswochen bei Kentucky Schrei Ficken.